Wir sind wahnsinnig stolz auf die Show. Wir haben das alles gemeinsam geschaffen, mit so viel Liebe zum Detail. Wir sind sehr glücklich, dass eine Show wie diese machen. Ich bin so glücklich. Es ist ein Jahr, dass ich das erwartet habe. Und ich bin so stolz von allen. Es wird sehr speziell sein, um es zu sehen, für die erste Mal hier mit allen. Wake up. Wir haben alle die Hauptsätze aus dem Show. Das war lustig. Ich bin in ein Asylum mental. Ich fühlte mich auf dem Set. Das ist unglaublich, was sie da aufgebaut haben. Es war jetzt gerade, wie sie nach Hause kommen. Schön und rührend. Es ist einfach unglaublich, wieder zu sehen. Es ist voll voll von Liebe, Freude und Freude. Ich glaube, das ist eines der besten Dinge im Show. Das, was ich am meisten gefühlt habe. Ich meine, das Clash von Kulturen und Sprachen. Die einfache Faktoren, wie Bo und Yantia arbeiten und Geschichten, die Geschichten sind. Man muss sich abschneiden. Man muss sich involviert werden. Man muss sich durch etwas, was normal ist. Das ist eine Nacht, die ich denke, die Deutschland sprechen wird. Ich bin wirklich hin und weg. Ich fand sie unvorstellbar gut gefilmt. Was die beiden kreieren, welche Welten, die sich ausdenken, mit dieser Art von Mystery zu spielen. Das finde ich großartig. Es war sehr, sehr spannend und man hat wirklich mitgefiebert. Und es ging gleich weiter und ich werde es mir auf jeden Fall zu Hause direkt reinziehen und durchpinschen, sobald es online ist. Das hatte ich schon länger nicht mehr bei einer Serie, dass ich so Lust hatte, jetzt direkt nach Hause zu laufen und mit dem Idealfall weiter zu gucken. Das ist kompletter Irrsinn. Ich war noch nie auf so einer stimmungsvollen und richtig toll gelungenen Premiere. Nein, es war nicht klar. Es war für mich eine große Freude, als ich dann erfahren habe, dass ich dabei sein kann. Ich habe damit erst mal überhaupt nicht gerechnet, weil mir bewusst war, dass man sich bestimmt gerne unter den Machern Jantje Friese und Barenbo da auch gerne einfach mit neuen Gesichtern, mit neuen Inspirationen umgibt, mit neuen Leuten, die dann einen neuen Blick werfen auf ihre Arbeit und mit denen sie anders arbeiten können. Gleichzeitig wusste ich, das ist eine internationale Serie und dachte ich, naja gut, dann springen halt viele andere Nationalitäten rum, aber vielleicht nicht unbedingt ein Deutscher. Ich wusste nicht, dass es einen deutschen Kapitän gibt. Also das war für mich gar nicht klar und umso größer war die Freude natürlich, als dann der Anruf kam, ich muss jetzt das mal lesen. Und ich so, was, 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 ja, her damit. Physically it's, it's a thrill, it's very intense. And so it took a lot of energy and focus and it's like guiding yourself through a map as an actor. But it was really helpful with Bo and Jantje, they're so passionate about it. And Bo is extremely high energy and him and I were there almost every day. And just, he's, he's got this, um, really helpful energy that helps raise the stakes. Because every morning you go, okay, and here we go again. So, um, yeah, it was, but also it was amazing and magical to see all the worlds put together. Every single department worked so hard and like all the sets and everything, costume and makeup and everything put together. And then the, the effects department and then the volume, which is the new technology that we move, we've shot on. So everything together was, was, it was really rewarding to see everybody's amazing work. You know, first it's just great to be and see so many people celebrating, you know, this. We're very lucky to make a show like this and then it have this amount of noise, you know. Especially after the pandemic, it's great to just enjoy life as human beings a bit. And being here and being immersed in like, you know, all the different sets that they've built here. It's got a lot of fun for the audience and I think it sets the tone ready now to sit down and watch two episodes. Es wurden alle Sprachen gesprochen und selbst wenn wir natürlich, um uns untereinander dann alle zu verständigen, dann einfach Englisch als Hauptsprache bemüht haben, weil jeder darüber einigermaßen verfügt, waren trotzdem all diese Sprachen latent die ganze Zeit. Die waren also da, du hast sie gehört und das erweitert einem so den Horizont. Nicht nur, dass es Spaß macht, sondern man unterhält sich, man kriegt mit, wie sich die anderen unterhalten und das ändert mal so den Blickwinkel. Man geht mal so einen Schritt zurück von sich selber und bezieht mal die anderen Perspektiven und das inspiriert sich gegenseitig, das ergänzt sich gegenseitig, das macht sich gegenseitig Mut und man lernt voneinander. She swings from one character to another, which I think is also, we all have so many shades to ourselves, but Moira in particular, she's very headstrong, but also very vulnerable. She thwarted by herself, but she's also kind of a warrior as well and she's a very progressive woman at that time. Wenn man sich offen miteinander auseinandersetzt und versucht den anderen zu verstehen, das ist der erste Schritt zur Toleranz und das ist etwas, was die Show versucht hat und was wir auch zeigen wollen mit der Show und gleichzeitig ist das so ein gutes Beispiel dafür, nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Und was können wir gemeinsam schaffen und nicht, was unterscheidet uns und mache ich doch meine Suppe alleine. Das macht keinen Sinn. Vor allen Dingen in diesen Zeiten ist das ja das größte Thema. Genau. Ich finde das so ein gutes Beispiel dafür, auch in den Zeiten, da hast du völlig recht, in denen wir gerade leben und Nationen beginnen sich zu separieren und ihre Suppe alleine kochen zu wollen. Damit kommen wir nicht voran, das ist ein Irrweg, sondern man muss sehen, was kann man gemeinsam schaffen. So gut es möglich ist, man kann lernen. Ich denke, wenn wir uns den einfachen Faktoren und die Störungen zusammenarbeiten, ist, dass man sich nicht mehr auswählen kann. Man muss sich involviert werden. Man muss sich einfach durch etwas, was normal ist. Escapism, ich denke. Die meisten Menschen lieben nach dem Theater, oder zu sehen, oder zu sehen, oder zu sehen, oder zu sehen, oder zu sehen. Sie lieben sich davon aus. Sie sind sehr brillant, zu entwickeln neue Welt, oder neue Umgebnisse, für die Leute zu erleben und zu erleben. Für mich war es so brillant, weil ich liebe, wunderschön und tief zu gehen, wo es sehr schwierig ist. Ich habe auch noch Druck auf die Zuschauer, um auf diese Reise zu kommen. Sie sind Experten dafür. Es war ein guter Prozess, zu sein. für 1899 auch. Das war jetzt gerade wie nach Hause kommen. Da ist der Speisesaal. Das ist zwar ein Jahr her, aber wir haben da täglich gedreht. Das war mal ein täglicher Weg. Und plötzlich steht da dieser Speisesaal. Ein ganz ähnlicher. Und die Brücke vom Kapitän. Das war jetzt auch wie eine Zeitreise. Auch wenn es... Zeitreise ist dark eigentlich. 1899 ist ja keine Zeitreise. Aber es war sehr schön und rührend auch. Ich hatte ein bisschen eine MAP, wie eine Chart. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Es gibt so viele Dinge, wie ein Ring, ein Triangle. Und also, Maura ist constantly entscheidend, ob sie die Menschen vertrauen, ob sie nicht. Und das verändert sich immer so viel. So, ich musste, wo du bist. Und dann auch, mit Beau, weil viele Entscheidungen waren auf dem Set. So, bevor wir angefangen, er sagte, wir wissen, wie Maura ist. Sie wissen, aber sie entwickelt, sie machte nicht erwartete Dinge. Und dann, bei Episode 7 oder 8, sagte er, ich bin jetzt geliefert, weil es funktioniert. Also, wir haben es geschafft, zu sehen. Also, das ist nervös. Aber ich glaube auch, ich glaube, sie sind großartig. Aber es ist eine interessante Weise, dass sie arbeiten. Sie sind sehr brave, um das zu tun. Es ist in der Tat ein deutscher Kapitän, weil diese englische Reederei noch eine deutsche Mannschaft beschäftigt. Denn sie hat dieses Schiff gekauft, von der deutschen Reederei. Und das heißt, dieses deutsche Team mit dem deutschen Kapitän bereist diese große Route. Der Typ ist aber irgendwie sehr isoliert. Der Kapitän ist allein, er ist ein einsamer Wolf, er redet nicht mit den Leuten, er geht nicht essen mit denen. Also, er bleibt unter sich, er ist sehr mysteriös, er trägt viele Geheimnisse und offenbar irgendeine verletzte Leidenschaft, ein Schmerz in sich. Wir waren sehr glücklich, dass wir in den Schriften die wir gegeben haben, die Translations waren. Wir wussten, was wir gesagt haben. Unsere Aufgabe war, dann war es, zu verstehen, und dann vergessen, das ein bisschen. Oder, zu benutzen, als ein Vorteil. Wir haben versucht, zu verstehen, was jemand versucht, zu sagen. Und die Komplikationen und die Intensität, die das zwischen Misskommunikation und der Struggle, zu versuchen, durch etwas zu leben, ohne die Sprache zu verstehen, die Sprache zu verstehen. Und dann haben wir wirklich zu hören und die Intonation physikalisch, um diese Elemente zu exploren. Das ist viel Spaß. Ein Moment, wo man dann sagen kann, jetzt ist es fertig. Jetzt können wir es euch zeigen. Das ist einer mit einer großen Erfüllung. Denn das ist wichtig. Ganz ungeachtet dessen, wie das jetzt aufgefasst wird. Vielleicht gefällt es manchen Leuten auch nicht. Aber diesen Moment, das dann einfach loszulassen, das Baby, hier ist es. Und jetzt können wir es euch zeigen, der rührt mich sehr. Weil ich auch weiß, wie irrsinnig viele Leute daran gearbeitet haben und wie viel Herzblut da drin steckt. Deswegen ist es ein ganz wichtiger Moment. Und ich werde sehr gerührt sein. Bin es jetzt schon und werde es nachher noch mehr. Weil ich ja auch ein bisschen weiß, was auf uns zukommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.